Hier ist Maximilian Krah vom Bundesparteitag in Riesa. Ich bin mit einem wunderbaren Ergebnis in den Bundesvorstand gewählt worden. Und diese Wahl, das ist keine Einzelleistung. Ich habe das geschafft, weil ich seit Jahren viele treue, überzeugte Unterstützer habe, mit denen wir gemeinsame Ziele verfolgen. Und deshalb ist diese Wahl auch nicht das Ende. Es ist nur die nächste Stufe. Wir wollen unsere Heimat, unser Vaterland, wollen wir retten und wir wollen es zum Besseren verändern. Und jetzt haben wir einfach die nächste Chance und die nächsthöhere Stufe erreicht, das zu schaffen. Und deshalb ist mein erster Satz Danke an alle, die bislang mit mir gestritten haben und das möglich gemacht haben. Aber es hört nicht auf. Wir brauchen jetzt doppelt so viel Arbeit, damit das, was wir erreicht werden, auch zu etwas führt, was wir uns wünschen. Dass wir noch stärker nach außen wirken, dass wir noch mehr Menschen überzeugen, sich uns anzuschließen und dass so sich endlich die Politik in diesem Land ändert. Alles, was bislang war, lief nur gemeinsam. Alles, was jetzt kommt, läuft nur gemeinsam. Alles, was bislang war, war schwer. Alles, was jetzt kommt, ist noch schwerer. Alles, was wir bislang gemacht haben, hat sich gelohnt. Und alles, was jetzt kommt, ist noch viel lohnenswerter. Bleibt mir gewogen. Wir kämpfen weiter. Wir siegen weiter. Und am Ende holen wir uns unseren Land zurück.